Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Podcast-Mastery-Folge, denn ich möchte euch das Thema anbieten, mehr Hardware brauchst du nicht. Heute soll es darum gehen, was brauchen wir eigentlich, um einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe euch dazu eine Liste zusammengestellt. Die findet ihr unter markenrebell.de im Hauptmenü, wenn ihr klickt auf Ressourcen. Die Jessie ist so lieb, wie unsere Post-Production hier macht, das Ganze in die Shownotes zu packen, damit ihr das mit einem Klick aufrufen könnt. So, lass uns loslegen. Also erstmal bin ich ein großer Fan davon, nicht ein stationäres Podcast-Studio einzurichten, sondern einen, so einen Agentenkoffer, euch an die Hand zu geben, wo ihr im Grunde alles drin habt, was ihr braucht, um einen Podcast zu machen. Egal, ob ihr das in eurem Tonstudio macht oder so wie ich jetzt hier und heute in unserer Sauna. Die ist natürlich nicht eingeschaltet. Tolle Akustik, echt tolle Akustik. Genau. Oder ob ihr das to-go macht, ob ihr das einfach mit eurem Interviewpartner vor Ort macht, ob ihr euch mit den Leuten trefft oder nicht. Ein Koffer, alles drin, perfekte Sprachqualität, tolle Tonaufnahme, tolles Equipment. Okay, ich verrate euch jetzt, was ich habe. Es gibt noch so eine kleine Abstufung davon, die nenne ich euch auch. Aber ich habe so die Extended Version. Und zwar habe ich das Zoom H6 am Start. Es gibt ja so von H1 bis H6 irgendwie fast alles. Und H6 ist so eine ganz große. Warum habe ich das? Weil ich dort nochmal zusätzlich vier Mikrofone anschließen kann. Also das ist einfach jetzt für mich am brauchbarsten gewesen. Es gibt aber auch noch das Zoom H4n Pro. Super zu empfehlen. Super cooles Ding. Ist jetzt nicht so ein Riesending, wie ich das jetzt hier habe mit dem H6. Sondern super praktisch, sodass ihr, wenn ihr zum Beispiel kein Lavalier-Mikrofon habt, also zum Anstecken, könnt ihr das H4n Pro auch in die Hand nehmen und so hin und her reichen. Je nachdem, wer gerade spricht. Mir ist das irgendwie zu anstrengend. Und ich mache das lieber mit Lavalier-Mikrofon. So, was habe ich noch in meinem Koffer? Ich habe natürlich so eine Dead Cat. Also tote Katze. Hier so ein Pop-Shots. Also so ein Wuschel. Und so ein Wuschel, was man auf die Mikros draufschiebt, damit diese lauten P-Werte, also wenn ich zu dicht reinkomme. Ich mache das jetzt mal. P. Merkt ihr das? Wenn ich zu dicht reinkomme? Dann hilft auch das Wuschel nichts. Also ich muss ein bisschen weiter weg gehen. Dann kann ich auch ein P aussprechen, ohne dass das gleich so explodiert in euren Ohren. Dann habe ich ein Stativ, Tischstativ, ganz einfach zum Klappen. Fand ich irgendwie total cool. Hat ein Red Dot gewonnen. Also ich bin ja auch so ein Design-Vogel. Das muss immer auch schick aussehen. Aber super praktisch, weil man muss da nichts drehen oder so, sondern die drei Beinchen auseinander draufgeschraubt. Und dann gibt es einen Knopf und dann drückt ihr das drauf und dann könnt ihr euch das Mikro so einstellen, wie ihr das Ganze gerne hättet. Dann an das Zoom weiter angeschlossen sind ganz normale Apple-Kopfhörer. Die habe ich jetzt drin, um mich selbst zu hören. Um einfach zu hören, wie ist der Ton. Also dass ihr so ein eigenes Monitoring habt. Super zu empfehlen. Und ganz wichtig, wenn ihr im Interview seid und habt vielleicht so ein Face-to-Face-Interview, dann steckt auch die Kopfhörer rein, damit ihr hört, inwieweit vielleicht das Mikro beim Sprechen des anderen an den Klamotten raschelt oder solche Sachen. Also dass ihr immer die Kontrolle habt, das ist ganz wichtig. Aber da reicht so ein Apple-Kopfhörer, habe ich einfach, damit das da an den Koffer reinpasst. Reicht völlig aus. Braucht man jetzt nicht so riesen Mickey-Maus-Ohren aufsetzen. So, dann habe ich in dem Koffer, ich muss jetzt mal so parallel reingucken, dann habe ich noch ein USB-Kabel, sodass ich das Zoom per USB an den Rechner anschließen kann. Das hat den Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel Interviews aufnehme über Sendcaster, über so ein Tool, über so ein Web-Tool, wenn ich die Interviewpartner jetzt nicht Face-to-Face sehe, dann kann ich das Zoom eben auch als USB-Mikrobe verwenden und habe eine tolle Sprachqualität, die da reingeht. Also ganz wichtig. Dann habe ich zwei Lavalier-Mikrofone mit einem XLR-Stecker. XLR, für alle die, die es nicht wissen, an das Zoom H4n Pro oder das Zoom H6, was ich einsetze, kann man so riesige Stecker da anschließen. Und die nennen sich halt einfach XLR-Stecker. Das werdet ihr sehen, das ist jetzt nicht so handelsüblich, was man so kennt, sondern das sind halt dann wirklich die Profi-Geräte in der Musikindustrie, die da mit am Start sind. So, also zwei Lavalier-Mikrofone, die setze ich zum Beispiel ein, wenn ich mit der Katie die Mindshift-Folgen aufnehme, dann machen wir es uns in der Couch gemütlich. Ich schließe jedem, jeder bekommt so ein Lavalier-Mikrofon. Man könnte jetzt auch, der eine spricht in das Zoom-Gerät direkt rein und der andere hat ein Lavalier-Mikro, wenn man möchte. Geht auch. Ich bin dann auch gern frei und will mich dann frei bewegen und nicht ständig vor so einem Mikro sitzen. Deswegen habe ich einfach zwei genommen. Und die lassen sich dann anschließend an das Zoom-Gerät und dann kann ich die Kanäle auswählen, aussteuern, auspegeln und dann klappt das wunderbar und dann hat man am Ende zwei Tonspuren. Super wichtig. So, ich gucke jetzt mal weiter in dem Koffer, was da noch so drin ist. Ja, dann habe ich noch für die Lavalier-Mikrofone so einen Pop-Shots, also das ist irgendwie so ein Schaumstoff-Zeug, was man da so draufsteckt. Dann natürlich USB-Karten, 64 GB als SD-Karte, die dann in das Zoom reinkommt. Dann habe ich noch ein Kabel. Oh ja, ein wichtiges Kabel, ein wichtiges Kabel. Das hole ich jetzt mal hier raus. Es raschelt jetzt ein bisschen, aber es ist halt live. Also fast. So, ganz spannend, ganz spannend. Ich möchte auf jede Situation vorbereitet sein. Also ich möchte niemals in eine Situation kommen, dass ich ein Interview nicht machen kann, weil ich technisch dazu nicht in der Lage bin. Deswegen gibt es, ich fasse das jetzt nochmal für euch zusammen. Also eure Soloshow sprecht ihr direkt in das Zoom-Gerät rein. Eure Face-to-Face-Interviews macht ihr mit einem Lavalier-Mikrofon. Entweder ein zusätzliches oder jeder bekommt eins. Dann habe ich gesagt, das Zoom anschließen an euren Rechner als USB-Mikrofon. Dann per Skype, per Sendcast oder was auch immer kann man die Interviews aufnehmen. Und dann, jetzt kommt noch eins. Jetzt hast du einen Interviewpartner. Der ist kein Face-to-Face-Interview. Der sitzt irgendwo in Berlin, in München. Ihr sitzt auf der anderen Seite des Planeten. Und diese Person sagt, hey, mein Internet geht nicht. Oder ich kriege hier kein Headset an den Computer angeschlossen. Ich kann nur Telefon. So, was macht ihr? Ihr holt euer Smartphone raus. Und ihr habt ein Zauberkabel in eurem Koffer. Und zwar, ihr kennt ja den normalen Klinken-Anschluss. Das ist der Kopfhörer-Anschluss, der an diesen, ich sag mal, alten Headsets dran ist. Apple hat das ja dann abgeschafft. Dann hat man ja diese Lightning-Adapter gehabt. Oder hat man immer noch. Früher hatte man diesen Klinke, 3,5 Millimeter Klinke, diesen kleinen. So, und ich habe ein Kabel. Da ist genau dieser Klinke auf der, also dieser 3,5 Millimeter Klinke auf der einen Seite. Und dann gibt es den ganzen nochmal mit einem großen Bruder. Also den großen Klinken, weil keine Ahnung, wie viel Millimeter der hat. Aber habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Also ein kleiner Klinke, also der normale Kopfhörer-Klinke und einen großen. Beides ist Mono, also hat nur einen Ring. Könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es so Ringe an den Steckern. Die haben also jeder nur einen Ring. So, und jetzt mache ich folgendes. Jetzt kann ich in das Zoom, in diesen XLR-Anschluss, in der Mitte so ein großes Loch, da packe ich den großen Klinken-Freund rein. Und den normalen Klinken-Anschluss, den packe ich in mein Smartphone rein. So, was könnt ihr jetzt machen? Jetzt könnt ihr quasi mit eurem Sound, äh, mit eurem Zoom-Gerät eine zweite Tonspur aufnehmen, indem ihr einfach euren Gesprächspartner anruft. Und da ruft ihr einmal Festnetz und einmal Handy an und entscheidet euch, was die beste Tonqualität hat. Im Idealfall hat er und du ein tolles Handynetz, ne, dann könnt ihr sogar wirklich in HD-Qualität telefonieren und das Ganze landet in eurem Aufnahmerecorder, in eurem Zoom, in einer separaten Spur. Super coole Geschichte. So, jetzt habe ich euch vier Varianten genannt, wie ihr ein Interview aufnehmen könnt oder eine Soloshow. Äh, und ihr seid mit diesem Koffer, mit diesem Setup wirklich auf alles vorbereitet. Das ist perfekt. Und, äh, ihr könnt einen wirklich professionellen Podcast machen, mit tollem Equipment, was im Grunde keine Wünsche mehr offen lässt. Und wenn ihr das alles einmal durchgespielt habt, es ist wirklich super easy, dann, ähm, kann da einfach nichts mehr passieren. Und je nachdem, welches Setup euer Gegenüber hat, es wird euch nicht aus der Ruhe bringen. Das ist ja immer wichtig. Ja, also, äh, früher dachte ich, als ich so angefangen habe, oh je, jetzt habe ich eine halbe Stunde Technik gemacht mit demjenigen, wie soll das Interview jetzt werden? Ja, also dann ist natürlich auch so ein bisschen die Spannung raus, weil der andere ist vielleicht auch genervt, ist jetzt auch nicht so der, der, der Technik-Freak. Äh, und dann, dann so wollte er noch ein Interview machen. Das ist natürlich dann störend. Toll ist, wenn ihr total souverän seid und sagt, okay, sie haben keine Ahnung von ihrem Computer, überhaupt kein Thema, welches Handy kann ich anrufen oder welchen Festnetz kann ich anrufen, ich baue hier schnell um, zack, zack, drei Stecker gesetzt und schon geht das Ganze, ähm, in die, in die nächste Runde. Also, total super Geschichte. Jetzt lasst mich nochmal überlegen. Ich habe euch erzählt, äh, Zoom. Ich habe euch erzählt, ich benutze übrigens, äh, wenn ich jetzt hier die Solo schon aufnehme, äh, nehmen, für das Zoom gibt es verschiedene Aufsätze, benutze ich das, ähm, XY-Mikrofon, ne, das sind so die zwei Mikrofone, die so einmal linke und einmal in die rechte, äh, ähm, Seite schauen und habe diesen 90-Grad-Winkel, äh, für den Sound eingestellt, ne. Kann man 90 oder 120, also für die Technik-Freunde von euch da draußen, ähm, die das interessiert, also 90-Grad habe ich eingestellt. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens, ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash Podcast Mastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne, und jetzt geht's weiter hier. Dann habe ich die Lavalier-Mikros erzählt. Ich habe ein USB-Kabel, um meinen Zoom an den Rechner anzuschließen. Ich habe eine SD-Karte, 64 GB am Start und natürlich mein Zauberkabel für das Handy-Interview. Kann übrigens eine sehr gute Qualität haben. Wenn ihr also grundsätzlich vielleicht nicht zufrieden seid mit diesem ganzen Skype-Recording, dann könnt ihr auf jeden Fall die Aufnahme via Telefon probieren. Echt eine super coole Geschichte. So, dann habe ich noch einen Koffer. Kann ich ja mal kurz benennen. Wie gesagt, haben wir alles im Internet in der Checkliste. Oh, jetzt hat es geschöpft. Das ist so ein Hartschalen-Koffer mit Schaumstoff drin, sodass da wirklich nichts passieren kann. und der hat so ein klein, wie so ein Beauty-Case. Kennt ihr das? Vielleicht von euren Mädels. So ein Beauty-Case-Größe. Das schmeiße ich einfach ins Auto, in den Kofferraum und dann liegt er da rum und dann nehme ich den halt, sobald ich weiß, jetzt will ich was aufnehmen und habe immer alles dabei. Also wirklich ganz großartige Geschichte. So, das war heute mal so ein kleines Update zum Thema Hardware, was ich einsetze, um diese Podcast-Folgen hier zu produzieren. Ich würde euch bitten, ich bin natürlich gespannt, ich bin natürlich immer offen und liebe es, über Hardware und Software zu sprechen. Also ich probiere immer gerne Sachen aus und wenn ihr einen Tipp für mich habt, den ich vielleicht noch nicht genannt habe, nicht kenne oder eine Frage habt, auch gern das, dann bitte in die Kommentare zu den Shownotes auf markenrebell.de. Dort sammeln wir das Ganze und dann mache ich die nächste Podcast-Mastery mit der Beantwortung eurer Fragen oder stelle einfach auch eure Tools vor, die ihr empfohlen habt, weil das fände ich ganz cool, weil wir das in der Community einfach teilen. In diesem Sinne, ich bin raus, hoffe euch etwas geholfen zu haben und wünsche euch nur das Beste. Bleibt rebellisch. Ciao. 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 Ciao.